Moin Moin, was geht ab, euch sind Kult! Euer Fivertischer hier und heute wieder mit dem Player Pick Duell gegen Markus. Mal sehen, ob der Goldschwitzer, in dem Falle ich, gegen den Elite-Schwitzer mehr Packlack hat in den roten Player Picks. Ihr werdet es sehen, ich bin gespannt. Let's go! So, dann seht ihr schon, hier sind meine Food Champions Rewards. Ich habe an der Stelle Gold 2 erschwitzt dieses Mal. Ich schaffe es immer nicht so richtig, komplett zu Ende zu zocken. Da wäre auch mal Gold 1 möglich. Ich nehme in dem Fall natürlich wirklich nur die roten Player Picks. Und in dem ersten, ja, war da nichts drin. Schade, schade Marmelade. Die anderen Packs, die spare ich mir, by the way, auf fürs Totti. Ja, als Soma, bester Spieler, den ich gepickt habe. Ja, 84er und ein 82er. Ich hätte gerne Longley gehabt, aber egal. Wir gehen zu Markus rüber. Let's go! So, und dann holen wir die Food Champions Rewards ab. Elite 3. Hoffentlich gewinnen wir diesmal gegen Toni. 100%ig. 70k, drei Player Picks. Abfahrt. Fangen wieder ganz vorne an. Komm, Rashford, komm! Geht schon mal gut los. Ich nehme Muriel für ein Italien-Team mit. Nummer 2. Aha. Das ist wieder zu wild. Und Nummer 3. Nice. Ruben, Garcia. Abfahrt. Meine drei Player Picks haben wieder gegönnt, wie letzte Woche. Diesmal bauen wir ein Team dann um Saka und Muriel. Toni, herzlichen Glückwunsch zum Back-to-Back-Gewinn des Pick-Battles. Was erlauben, Teacher? Was erlauben, Teacher? Was erlauben, Teacher?